Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich von der Digitalbau 2020. Mein Name ist Stefan Kahl. Ich leite bei der Stulte Schlagbaum AG den Geschäftsbereich für elektronische Schließsysteme für Türen und Möbel. Wir haben einen sehr erfolgreichen zweiten Tag nun hier auf der Digitalbau absolviert und unsere neuen Produkte im Bereich Smart Access vorstellen dürfen. Ich bin heute bei Digitalbau, um die Partnerschaft mit Schülter Schlagbaum zu erinnern, um Digital Access Management zu erinnern. Unsere Solution Kreative, zusammen mit Schülter Schlagbaum's Next Level Access Management, kreiert ein sehr cooles Produkt in der heutigen digitalen Ebene. Wir haben hier auf der Digitalbau Köln vier Leistungsspektrum, unter anderem den intelligenten Schrankverschluss. Der intelligente Schrankverschluss umfasst RFID, Bluetooth und den Time-Sensitive Booking Code. Mit der präventiven Überwachung haben wir in einem Einsteigschloss Markt und der elektronischen Schließsysteme mit der In-Ocean-Technologie einen Meilenstein gesetzt. Bei der individuellen Raumsteuerung können wir durch unsere Zutrittssysteme die Raumkomponenten, wie zum Beispiel Licht-, Heizung- und Klimaanlage, hervorragend steuern. Bei dem schlüssellosen Zutritt haben unsere Kunden durch die zahlreichen Identifikationstechnologien alle Möglichkeiten. Der Kunde entscheidet, ob der Zutritt per PIN, RFID oder per Bluetooth bzw. Smartphone erfolgen soll. Untertitelung des Zutrittssysteme die Raumkomponenten, die Raumkomponenten aufbauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017